Saab hat mit der schwedischen Verteidigungsmaterialverwaltung, FMV, einen Vertrag über Unterstützungs- und Wartungsdienstleistungen für das Kampfflugzeug JAS 39 Gripen C-D unterzeichnet. Der Auftrag sichert den kontinuierlichen Betrieb und eine kosteneffiziente Lösung hinsichtlich Wartung und Verfügbarkeit des Systems. Der Auftrag hat einen Wert von 308 Millionen Sieg. Der Auftrag umfasst Entwicklung, Studien und Tests für die Wartung des JAS 39 Gripen C-D, die Entwicklung eines Verpackungskonzepts und Studien darüber, wie Gripen C-D und Gripen E aus Sicht der Wartung effektiv in den Flotten koexistieren können. Der Auftrag umfasst auch Avionic-Computer. Bei dem Auftrag handelt es sich um den Abruf einer Option im Rahmen einer früheren Vereinbarung mit dem FMV über die Sicherstellung des Weiterbetriebs und der fähigkeitssteigernden Maßnahmen für den JAS 39 Gripen C-D, die am 16. Dezember 2022 kommuniziert wurde. Im Jahr 2023 wurden zwei zusätzliche Dienstleistungen im Gesamtwert von rund 220 Millionen Sieg bestellt. Diese Leistungen umfassen die Integration des Zielmarkierungsports LDP 15, Laserguidet-Pot, in den JAS 39 Gripen C-D, sowie die Beschaffung der dazugehörigen Unterstützungssysteme und Wartungsgeräte. Die Arbeiten, die bereits im Gange sind, werden bei Saab in Linkköping und Aboga durchgeführt.